Nein, ach, das kann ich eigentlich löschen. So, klönen. So. Dann mach ich das mal weg. Äh, also jetzt K-Dos. Ja, ich, es kann natürlich sein, dass ich nach 15 Minuten das komplett hinschmeiß und sage, nee, daraus kann man nicht so wirklich was machen. Theoretisch kann man aus allem was machen, wenn man gut darin ist, aus Scheiße irgendwas zu machen. Aber ich weiß nicht, ob meine Skills da reichen. Äh. So, das ist so schnell. Oh Gott, Scratchen, ich glaube Scratchen ist hier mega scheiße. Das wird. Ja, jetzt ist das schon ein bisschen Stereo. Ist aber auch Wumpe. Weil, man kann es ja einfach hoch machen. Ich frag mich, wie das funktioniert mit den Scratchen. Also mit den Langziehen, dass das nicht, dass man das scratcht. Keine Ahnung, wie ich das jetzt auf Deutsch erklären soll. Ah, jetzt bleibt er auf B, äh, auf B. Ja, auf B, warte mal. Ja, theoretisch spielt das fast gar nicht auf den Linkstasten. Dann hätten wir schon mal die anderen Tonarten abgeschlossen. Oh Gott, langsam wird man da irre, wenn man das die ganze Zeit hört. 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 Warte mal. Prozent zu den Boden doch zwei ein bisschen leise Eisen 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 gar zu Tegend Eisenberg und Ticken der Hobbit zu Eisenberg und Ticken der Hobbit zu Becken der Hobbit zu Eisenberg Eisenberg Ja, irgendwie ein bisschen sanfter, bitte. Kann man das eigentlich sehen? Ah, ich hab's auf Dings gestellt, okay. Der, der im Garten wohnt. Dankeschön. Viel Spaß im Garten. Ähm, Snarch, würde ich mal sagen. Aber schon so ne alte. So ne alte Alter. Ich muss ja den Style treffen, den Kedos da bringt, ne? Ich kann ja jetzt nicht daraus einfach Dubstep machen oder so. Vielleicht soll ich mal einen Schluss trinken. Ich trink mal einen Schuss. Trink, 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 trink. Und der Anschlag ist ja erst hier. Ups. Pass auf. Ich mach mal random irgendwas. Ich überleg grad sehr wenig, was ich da mache. Mal gucken, ob irgendwas von Flieges rauskommt. Wenn ich, ähm, das ist ja eine Metall. Ich mach mal, das trinkt da wieder aus. Ist das nicht so laut? Ne, so nicht. Bisschen länger. Das ist auch cool. Okay, jetzt sollte ich das mal auch anmachen. Ich finde, die Snare ist nicht so schön. Vielleicht eine andere. Oh, was? Oh gut, das ähnelt an einer Traps. Ja. Ich hab's nicht so laut. Ich hab's nicht so laut. ob es da ist er in der Hobbit zur Eisengarten gegen die Hobbit sind vielleicht hätte ich das doch ich speichere das mal kurz das ist glaube ich ein gutes Näher ja Gahre 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 vielleicht mache ich das mal auf 1 Sechstel nicht auf 1 Sechstel Hallo Adi Guten Tag ne nicht auf 1 Sechstel Nein oder nein das sind nur 3 Barth jot ööö Ich mach mal, ach komm, ich mach's einfach, hier Trap, ich nehm erstmal die. Das ist natürlich die Frage, ich brauch immer noch, ich brauch immer noch irgendwie einen Anhaltspunkt, wo ich überall was für Noten hier spielen kann, weil irgendwann muss ich ja irgendwie Noten ins Spiel bekommen, sonst hat das ja keine Noten, keine Ahnung, ähm, mal komm. Ich hab keine Ahnung, was man dazu spielen kann. Boah, ich bin sowas von unkreativ gerade, ich hab keine Ahnung, was man dazu spielen kann. Ich kann natürlich jetzt, ne, hier alles wunderbar hinmachen, aber mir fehlen ja irgendwie Instrumente und sowas, weißt du, und da weiß ich keine Ahnung, was ich für Noten spielen soll. Du hast doch schon zu den selben Audio samples was gemacht. Ja, ich glaub schon. Ich weiß nicht, ob ich das noch finden werde. Und ich glaube, ich war da auch nicht zufrieden damit Ja, okay, so könnte man das machen Gott F Okay Muss ich wieder das Piano aktivieren Ja, aber das kann man ja nicht Das kann man ja nicht Dingensbumsen Die ganze Zeit, weißt du Da fehlt Da muss ich jetzt eigene Sachen mit reinbringen Und ich bin jemand, der eigentlich lieber gerne Wirklich aus schönem Gesang was macht Und nicht aus Alles irgendwas, weißt du Ähm Das kann weg Dann klone ich das mal Bisschen laut Bisschen laut Dann nimm was anderes Dann nimm was anderes Ja, was denn? Das ist ja die Frage Ich habe schon alles durchgeguckt Geil 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 Ich probiere mal was Warum nicht? Ich meine, wir haben Zeit Und ich habe ja gesagt, ich lade erstmal alles runter und gucke so So Die Decke, du Hopf, du Eisenkart So, das sieht jetzt wieder ein bisschen Internet Gleich, wenn ich es runterlade Geht das?